Jesus 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 Judas, aber, der ihn verrät, stummt auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach, ich wiss, wie ich sie zurückführe und wie er zu Boden. Na, fraget ihr sie aber was, wen es suchet ihr? Sie aber sprachen, Jesus, 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 Jesus. Jesus antwortete, ich hab's euch gesagt, was ich sei, so hätt ihr mich, so lasset lesen gehen. Jesus antwortete, ich hab's euch gesagt, was ich nicht mehr in die Welt der Welt. Ich habe dir keine verloren, die du mir gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es aus und schlug nach des vollen Priesters Knecht und hielt ihm sein Recht vor an. Und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus, stecke dein Schwert in mich ein. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Den Kelch, den mir mein Vater gegeben hat? Der Knecht hieß Malchus. 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 Der Knecht hieß Malchus.